Musik Servus meine lieben Jungs und Mädels, ich begrüße euch wieder zu 19.00 an den Feuerwehr Overwatch. Wir spielen dasselbe Event wie letztens noch einmal, nur halt mal mit freien Helden. Und ich spiele jetzt mal Pharah, Sven spielt den Heiler und Steffi spielt wieder Torbjörn. Guck mal, das ist ja cool, das wird sogar angezeigt. Ja, wo der Heilungsbereich ist. Das ist cool, das wird sogar angezeigt. Da sieht man mal, dass Blizzard es wohl irgendwie scheinbar vorhat, das Spiel so ein bisschen PvE-mäßig zu machen, habe ich das Gefühl. Rechts mache ich dicht. Da muss ich mal ein wenig in den Heilerbereich vom Sven rein. Oh, lol, ich bin hier oben. Wer ist das denn? Ja, langweilig, wenn ihr alles schon draußen macht. Joa, ein bisschen, ne? Ja, müsste auch einer hier drin stehen bleiben, Jungs und Mädels, ne? Einer muss drin stehen bleiben auf jeden Fall, ja. Ja, da muss ich ja. Dann auf geht's weiter. Moment, jetzt habe ich mit meinem Bruder angeschrieben, ihr habt es gesehen. Schießt ihn da auf uns. Boah, das ist eigentlich ziemlich geil, irgendwie. So, gegen Bots ist die eigentlich ziemlich cool. Man müsste mal treffen, dass wir eine Idee... Von Lucio, der Damage, der ist auch geboostet worden, meine ich. Vielleicht auch nur gegen die NPCs. Ich habe auch gelesen, dass die den boosten wollten, den Damage. Rüstung, Rüstung, Rüstung. Ist gut, die nehmen wir gerne. Oha, 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 oha. Dude. Wo werde ich... Ach, da hinter mir. Oha, die NPCs ist jetzt die Fahrer eigentlich ganz gut, ey. Die stehen halt still, ne? Dann kannst du halt gut gegen die ballern. Down. 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 Das ist auch ziemlich geil, ist eigentlich Symmetra, ne? Ihren Turrets. Das ist eigentlich auch eine ziemlich geile Sache, ne? Kannst du schön in die Eingänge stellen. Eigentlich auch eine geile Sache. Das heißt doch, ja, es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Kann man ja echt mal so ein bisschen probieren. Ja, würde ich auch sagen. Wenn der Alex ja gar nicht kommt, dann können wir das ja mal machen. Hältst du davon? Ja, mir egal. Wie gesagt, da müssen wir uns halt mal ein bisschen abwechseln mit dem Heiler spielen. Ja, würde ich auch sagen. Weil ich hab die noch gar nicht gespielt, diese Osirian. Ist, äh, wie auch immer. Osirian heißt die, glaube ich. Man, Jast ist mal ausgepackt hier. Ich kann auch mal raushauen hier. Ist jetzt schon am Sammeln. Oh, da ist es eigentlich jetzt gerade einsetzen können. Die sind nämlich eine ganze Menge gerade. Sollen Probleme? Oh, ne, kriegen wir einen. Oh, super. Oh, jetzt wieder raus, ne? Jop. Jetzt wieder die Turret, äh, die Turret bewachen, wollte ich gerade sagen. Die Payload bewachen. Ja, hatte ich gerade gesehen, dass du auch Dingens, ähm, dass du auch, ähm, hier die Random-Helden, also die Normal-Nen auch spielen kannst. Ich dachte, es wären halt wirklich nur die, ähm, die Helden, die halt hierfür benutzt werden sollen. Ich hab mich schon gewundert beim Auswählen, dass, dass es da zweimal Aufstand gab. Denk her, warum ist denn das zweimal drin? Oh, hier ganz viel, ganz viel. Aber ich merke, Winston ist auch nicht so schlecht, ne? Das ist eigentlich auch keine schlechte Wahl hier. Okay. Schau mal, mein Justus hier benutzt, äh. Lol, der, der Affe ist das vor allem zurückschlagen. Alles klar, lassen wir den mal da, der schafft das da schon. Kugel rechts. Komm ran, 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 ran. Komm, 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 komm. Alles Gute ist, ich kann die zurückschubsen, ne? Ja, auch gut, auf jeden Fall. Das hat alles so ein bisschen Vor- und Nachteile, ne? Auch kaputt alles. Keiner Hund noch. Ja, sehr gut. Macht auch immer Bock, irgendwie, muss ich sagen, so ein bisschen PvE mal zu spielen. Ja. Als immer nur gegen, wie gesagt, die Herausforderung wird dann nachher... Also, wenn du ungefähr mal weißt, was jetzt gut ist, was so auf jeden Fall... Dann kann man echt mal probieren, Stufe höher zu stellen. Ich möchte mal gerne wissen, was die Aufsteigung ist, davon. Können wir mal gerne mal machen. Wenn wir gleich mit dem Alex kommen, der gleich kommt, können wir mit dem ja dann gerne mal zocken. Dann sind wir nämlich vier Leute, dann ist das ja ganz gut. Wiedersehen. Meine letztens sind's mehr Kugeln gewesen, die gekommen sind. Ich meine, letztens waren's drei. Bei der letzten Folge, meine ich... Letztens ist gerade mal eine gekommen, ne? Ne, zwei waren's. Eine links, eine rechts. Okay. Die eine habe ich schon gar nicht mitbekommen. Die eine hat der Afu und ich haben die ganz schnell weggemacht. Die hat man gar nicht gesehen. Und da ist die dritte. Kugeln links auf jeden Fall. Ja, ich schubse nochmal zurück. Das ist ganz gut. Das ist ganz gut. Komm, 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 komm. Immer wiedersehen. Ja, fach. Ja, perfekt. Sauber. Läuft auch. Läuft besser als vorher, finde ich, irgendwie mit den zugewiesenen Helden, muss ich sagen. Das ist eine coole Idee. Das ist cool. Mit dem Schild jetzt. Da hast du jetzt die ganze Zeit das Schild auf der... da drauf. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Nicht die ganze Zeit halt, oder? Ja, gut, aber trotzdem, wenn das auf jeden Fall da ein Schild drauf. Das ist ganz gut. Da sehen. Oh, wer kommt jetzt gleich? Die Bastion, glaube ich. Wohin ist sie. Wofür da abgeht, der Affe? Ja, cool, ne? Auf jeden Fall. Skull down, sehr gut. Wiedersehen. Hinter uns, Kugel? Ja, ich hab's gesehen. Bin dran. Die Ulti wegmachen ist natürlich auch cool. Was? Mit der Ulti wegmachen ist natürlich auch cool. Ja, weil die halt zu viel Eif hat, ne? Aufstehen direkt immer in die Reine. Ist natürlich easy dann, ne? Dann hast du weniger Stress. Bisschen Rüstung. Was? Was? Wir haben auch viel Life, ey, der Typ, ey. Ich hatte am Arsch, der hat ja viel Leben. Ganz wieder eine Bastion. Beste von hinten. Ich find dieser, ich find so ein Modus fehlt, fehlt in dem Spiel, wenn du mich fragst. So ein PvE-Modus fehlt, nicht fehlt, absolut. Hast du noch ne, ne Dingens, Steffi? Ah, okay, hab, hab, ist okay. Viel Glück noch. Ich find echt, dieser Modus fehlt. Das sollten sie echt dauerhaft drin haben in dem Spiel. Was war der denn? Da müsste ich auch ein bisschen heal. Da ist noch ein Robo, auf jeden Fall am Stehen. Steht was Klaas down. Oh, jetzt bin ich echt tot. Oh, Hilfe, au, 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 au. Gut. Ja, 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 ja. Hinten ist ne Bastion, ich bin auch nicht tot. Ja, bin dran, bin dran, bin dran, bin dran. Kein Problem. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Dankeschön. Einer noch. Einer noch. Sauber. Ja! Yeah! Wuh! Du hast noch gesehen, ich weiß es gar nicht. Mega nice. Ja, cool, ey. Das macht echt Bock, muss ich sagen. Oh, er hat eine Aufstandsbox. Nice. Ah, schade. Ich hätte gerne das Highlight gehabt. Er hat nämlich ein paar mal cool eine... Oh, lol! What the fuck? Okay, dann ist es kein Wunder, dass er das gekriegt hat. Er hat mich auch eben ein, zwei Mal gut meine Ulti an den Mann gebracht gekriegt. Oh, nice. Cool. Hat Spaß gemacht. Boah, 47.000 Schaden, Alter. Heilige Scheiße, ey. Ja, erst mal selber beneißen, ne? Danke sehr. Drei Sterne nur. Ja. Gut, dann sonst was gewesen, mein Lieben. Ich bedanke mich fürs Einschalten bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.